Zehn Dinge, die ich an dir hasse, gehört zweifelsohne zu den Teenie-Filmen, die auch heute noch sehenswert sind. Neben der witzigen Story liegt das vor allem auch am charmanten Cast. In dem Film spielt neben Heath Ledger Julia Stiles die Hauptrolle, die man auch aus Save the Last Dance kennt, ein wahrer Teenie-Star also. Mittlerweile hat die attraktive Schauspielerin die 40 erreicht und sieht immer noch fantastisch aus. Stiles hat nach ihren Teenie-Filmen auch ernsthaftere Rollen gespielt, sie war unter anderem in den Jason Bourne-Filmen zu sehen. Außerdem spielte sie in der Serie Dexter mit und widmete sich auch der Arbeit hinter der Kamera als Regisseurin. Privat hat Julia Stiles das große Glück längst gefunden. Sie ist seit 2017 mit dem Kameramann Preston J. Cook verheiratet. Die beiden haben einen Sohn, der 2018 geboren wurde. Auf Instagram nimmt Julia Stiles ihre Follower hin und wieder mit und zeigt private Aufnahmen, die deutlich machen, dass es der Schauspielerin sehr gut geht. Bye-bye. Bye. Bis zum nächsten Mal.